Hallo, ihr freckwühler Betreter von Cooler Bros Grail zurück zu Sister Location. Wir werden jetzt versuchen, dieses blöde ominöse Jump'n'Run zu überwältigen, zu besiegen. Darf zukommen zurück. Dann müssen wir halt das noch mais machen. Jetzt ziehen die Salz voll durch, ich möchte jetzt vielleicht noch die Nacht 2 Überleben, verstehste? Jetzt licht es Goth'n. Du siehst dich überhaupt nicht so aktiv. Thank you for choosing angsty teen. YouTube ist auch so angsty teen. Teen. Smells like teen spirit, oder was? Und ich hab's ja schon gesagt mehrfach, dass ich die Sister Location spiele, einfach hasse. Weil es ist einfach so nicht meine Welt, Sister Location. Verste? Es ist nicht meine Welt. The elevator stopped. You know the routine. You can get out now, or whatever. Stay here if you want. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so... Not that funny, but... It's a story. Okay, so we'll be in here, okay? Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora, and make sure she's on her stage, but... Whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Yeah, I'll play with my clown. So is that cool gemacht, ne? But I know... It's just not my world. I mean, it's not my world. Well, let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. Weißt du, wenn er mal wenigstens in die Gang gekommen würde? Dann wäre das ja eine feine Sache, ne? Great. 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 Spinterwetter oder was? Ew. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's Auditorium. Wenn du doch schnell hier durchs de beiden tier fusseln. Motion trigger. Circus Gallery event. Und sie will mich wieder hier triggern, oder was? Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks and oxygen. Commencing system restart. Motion trigger. Entryway vent. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Now we have to look at the mirror. The Laura Gallery main and said to the domain. The Laura Gallery main and said to the domain. The Laura Gallery main and said to the domain. We have to do everything again. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. Yo, mach's Paul zu. Mach hin. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Bis zum nächsten Mal, dass wir den Augenkontakt vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Vermeiden den Augenkontakt. So ist er ganz cool gemacht. Die Sister Location. Aber es ist einfach... Das Ganze drumherum ist halt meine Welt. Es ist nicht meine Welt. Es wird es ja nie werden. Verstehst du? Aber ich spiele es ja gern für euch. Das macht es ja dann gleich wieder hier das Türchen auf. Obwohl ja noch gar kein Dezember ist, wo man Türchen aufmacht. Die Olga. Ich hätte vielleicht richtig zumachen sollen, ne? Ich vollpfuscht. Geht alles vor der Zeit ab. Oh, 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 oh. Sie ist auf der linken Seite. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Oder ist es weg? Someone is inside. Ja, ich bin hier. Olga. Nein, es ist ja nicht Olga, es ist Baby. Jetzt macht man da die Tür auf, die blöde Kuh. Verstehst du? Sie hat ja nichts besser zu tun und eigentlich ja Jumpscare, verstehst? So eine Dödel-Dödel-Dödel. Nock, nock. Ist man auch Zeit? Nein, 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 nein. Ich bin nicht gestorben. Shhh. Jetzt geht der Foul wieder los. Game over. Game over. Why? Wieso? Ich hab doch gar nicht hingeschaut. Leute, wenn ich das Spiel doch in der Weile verarschen will, wo ich hier den Minigame... Leute, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich bleib einfach da unten. Ich schaue nicht hin. Ich schaue nicht hin. Ich scha... Ich schaue nicht hin. Ich schaue nicht hin. Ich schaue nicht hin. Ich schaue nicht hin. Wieso Game Over? Why? Hä? Blöd, ich versteh's einfach denn. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Und da dürft ihr ja normalerweise nicht kommen, ne? Das gibt's ja nicht, oder? Wo ist das Minigame? Was hab ich letztes Mal anders gemacht? Hä? Was haben wir anders gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Es ist Game Over. Warum? Why? Versteh ich's nicht. Ich mag's einfach nicht. Kann mich doch mal Arsch kratzen. Oder? Die Olga. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Hier kann mir ja nichts passieren. Nochmal. Oder was? Ich möchte nur hier raus. Du kannst mich kreuzweise. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's einfach nicht. Okay. Was habe ich das letzte Mal anders gemacht? Ich weiß es nicht. Siehst du da unten? Siehst du da unten? Siehst du da unten? Siehst du da unten? Siehst du rechts? Siehst du rechts? Aber siehst du nirgends? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass ich es nochmal spielen werde. Weil verarschen kann ich mich selber. Das ist Game Over. Ich Ich hab keinen blassen Schimmer. Was ich tun soll. Warum das Minigame nicht mehr kommt. Keine Ahnung. Ihr braucht doch gar nicht bitteln oder betteln. Ich werd's nicht weiter spielen. Ich werd's nicht weiter spielen, weil ich keinen Bock mehr habe. Das war auf Game Over 590 Freddy's Sister Location. Wir scheitern in Nacht 2, weil das Minigame nicht mehr kommt. Warum auch immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wird mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet, wenn wir raus zum Kanal. Werde noch dieses Video. Schreibt mal's in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfe drücken. Press den Hitbutton to subscribe meinem Channel. Und ansonsten Ladenspielrundwerk gibt es zum Beispiel auch auf Steam für 7,99€ glaube ich kostet. Und ja. In diesem Sinne. Dieses Leben wird schon allein verpasst und an der Pause nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's schon bei dir und wir kriegen heute Euro-Sigarette. Und da ziemlich sauer ist. Ziemlich sauer. Bye. Happy Halloween. 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 Happy Halloween.